Sabrina und Alexander. Sabrina hat beim letzten Mal sein Gewinnspiel gewonnen. Beim Gewinnspiel, genau. Im Facebook haben wir die Aktion gemacht, Gewinnspiel, Fotoshooting inklusive fünf Fotos. Und jetzt haben wir das Fotoshooting hinter uns. Jetzt wollte ich mal die Sabrina fragen, wie das so war, ob es sich gelohnt hat, beim Facebook mitzumachen. Also sie hat noch keine Fotos gesehen, nur was ich ihr gezeigt habe, bei der Kamera. Also Sabrina, was sagst du? Also ich bin sehr froh, dass ich gewonnen habe. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und die Fotos habe ich am Bildschirm gesehen von der Kamera und ich fand sie bis jetzt sehr schön. Ja, super. Also es lohnt sich. Es lohnt sich, genau. Viele Leute denken, ja, die gewinnen sowieso nicht. Das dachte ich auch, ja. Genau, das dachte die Sabrina auch. Aber wie man sieht, mit ein wenig Glück, oder? Genau. Kann man gewinnen. Und das Gewinnspiel möchte ich eigentlich jedes Monat machen. Klappt nicht jedes Mal, aber wenn sie mitmachen, dann einfach auf der Facebook. Wie hast du das eigentlich gefunden? Einfach auf deiner Seite. Auf Facebook-Seite, oder? Genau, ja. Facebook-Seite hat Sabrina gesehen. Mhm. Dann einfach auf die, auf meine, auf meine Seite gegangen und sich eingetragen. Genau, genau. Auf jeden Fall machen, sich einzutragen, damit man in dieser Liste ist. Genau. Genau. Und auch diesen Beitrag liken, teilen und dann ist man schon dabei, ja? Ganz einfach. Genau. Ja, jetzt hast du, Sabrina, die Möglichkeit, die Fotos auszusuchen, die besten fünf, ja? Oder vielleicht als Paket. Du kannst auch alle nehmen für ein günstigeres Paket, ja? Genau, auf jeden Fall. Fünf Fotos hast du auf jeden Fall. Genau. Und das Fotosstudium, wie gesagt, wir haben, wie viel waren wir jetzt? Halbe Stunde, oder? Fast eine, drei Viertelstunde. Drei Viertelstunde haben wir das Fotosstudium gemacht. Ich schaue nicht auf die Zeit, ich schaue nur, ja, wie es wird. Genau, wie es wird. Ja, wie viel wir Fotos haben und so weiter. Wenn es Spaß macht, dann machen wir halt auch länger, gell? Genau. Ja, genau. So ist es. Und ja, danke, dass du auch mitgemacht hast. Danke auch. Ja, und die Fotos werden sie dann auch später sehen. Facebook, überall, Sabrina hat OK gegeben. Genau. Und ja, einfach Leute mitmachen, dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Möchtest du noch was sagen? Freust du dich auf die Fotos? Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Fotos und vielleicht nehme ich nochmal teil. Ja, super. Okay, alles klar. Bis dann. Danke. Tschüss. Danke dir. Tschüss dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020